Das sind nicht nur irgendwelche Eier, das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnappers sind Schafzähne! Machen wir Rührei draus! Hey, das könnt ihr nicht machen! Rüh sie nicht an! Rüh sie nicht machen! Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzähneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg! So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht! Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen! Oh nein, nein, nein! Was ist, wenn Eier-Mami kommt und nach die sieht? Ich hab ne Idee! Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnapper-Mutter! Dann kann der Rest von uns ne Fliege machen! Das ist eine ganz schön gemeine Idee! Oh ja, oh ja! Was denn? Er kann fliegen, wir nicht! Wartet! Hip hat mich auf eine Idee gebracht! Oh nein! Ach ja? Hört zu! Eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Also können wir mithilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken! Und Schnellschnapper uns folgen! Mit Absicht Dick! Du hast sie doch nicht mehr alle! Das hast du gut gesagt, Hip! Ja, der hat nen Knall! Die Schnellschnapper-Mutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst! Genau, darum geht's ja! Also für mich ist das ne Schnapsidee! Ich wünsch euch viel Spaß! Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure! Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun! Vielleicht tun sie auch euch weh! Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ach, na schön, wo ist mein Ei? Wir müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser! In dem großen Berg, da ist eine Höhle, die ist gerade richtig! Na schön, bringen wir die Eier da hin! Aber das... Das ist ganz schön sehr weit weg! Je weiter, desto besser! Oh ja! Es bewegt! Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht! Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht! Ein Schaufzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht! Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe! Dann sollten wir uns beeilen! Los, kommt! Ah! Ich hab' ja gesagt, sie ist in der Nähe! Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja! Und sie will ihre Eier zurückhaben! Na schön! Hip und ich werden sie ablenken! Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen! Da treffen wir uns dann! Ähm, 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 ähm! Jetzt komm schon, Hip! Reiß dich zusammen! Hey! Hier drüben sind wir! Sieh mal, was wir hier haben! Schnell! Renn zu den Bäumen! Schnell! Renn zu den Bäumen! Wenigstens hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Nein! Hör auf! Nein! Lass mich in Ruhe! Halt durch, Hip! Hip, fang auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Danke. Schon gut. Also, danke gleichfalls. Was ist das? Ihr habt es geschafft. Oh ja, ihr habt es geschafft. Wir haben zusammengehalten. Das war super gut. Was stehen wir denn hier rum wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnapper-Mutter uns schlechter verfolgen. Mir reicht's. Ich hab keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein. Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei. Äh, als nächstes seid ihr die Schnellschnapper-Köder. Das gute Idee. Wir sehen euch im Tal. Viel Glück, Chomper. Keine Sorge, Littlefoot. Das schaffen wir schon. Denn ich weiß, wie Schafzähne denken. Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen. Bist du bereit, Dussel? Hey, alles wird gut. Wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei. Ah, für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt. Was soll das heißen? Ich, ich bin kein sehr guter Schwimmer. Kein Problem. Ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer. Vorhin mal sehen. Das müsste gehen. Und jetzt komm, Dussel. Wenn du dich hier dran festfällst und strampelst, dann passiert nichts. So wie ich, siehst du? Hey, Chomper! W-w-warte auf mich! Ich komm ja schon! Pack mein Hinterteil! Los! Oh nein! Das Ei! Ich, ich hab es! Gut gemacht, Partner. Ja, hab ich gut gemacht! Wir haben es geschafft! Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnapper-Mutter folgt. Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen. Ich mach sie auf uns aufmerksam. Schnellschlapper! Oh, oh, schnell rauf damit. Beeil dich, Dussel. Zur Weide geht's da lang. Mir weiß nicht, ob Eitagen gute Idee ist. Petri, es kann dir doch nichts tun. Das ist doch nur ein Ei. Das ist es. Ja, das ist es. Mir nicht Angst, so die Ei. Mir Angst, so die ganze geheimnisvolle Jenseits. Oh nein. Das ist ganz schön knapp. Jetzt hilf mir, Hip. Das Ding ist verdammt schwer. Mach ich doch. Sei froh, dass ich überhaupt hier bin. Schnell Schnappereier wegbringen, das ist doch verrückt. Aber es muss getan werden. Und es hilft unserem großen Tal. Ha, wer wäre nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest, statt auf den kleinen Schafzahn. Warum sollte ich das tun? Chomper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund. Äh, Littlefoot? Und er ist viel netter als du. Denn du denkst immer nur an das, was du möchtest. Littlefoot! Das Ei! Hä? Hinterher! Wir treffen uns beide unten! Das Ei darf nicht zerbrechen! Das Ei darf nicht von uns! Ja! Oh! Ja! Das Ei darf nicht! Oh! Sie ist direkt hinter uns. Sie kommt! Sie kommt! Haben Sie auf uns! Wir sitzen in der Falle! Schnell, Ducky! Versuch, da oben raufzukommen! Ich helf dir! Ich bin oben! Ich bin oben! Wenn wir uns aufeinander stellen, kann Chompa uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Und jetzt bringt die Eier in Sicherheit, Freunde! Dose, du hast mich gerettet. Ja, na ja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben es fast geschafft. Also die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder! Die gibt wohl nie auf! Sie liebt ihre Eier! Oh ja, das tut sie! Genug gequatscht! Lauf! Wir sind da! Kommt alle her! Hier wird sie uns nicht entdecken! Kommt alle her! Hurra! Mama ist wieder bei ihren Babys. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Vielleicht wir interessanter. Weg hier! Da drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr grusiglich. Das sind die meisten Babys nicht. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, das sind sie, das sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Ja, ja, ja.